Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lias Crime Time. Schön, dass ihr auch alle diesmal wieder mit dabei seid. Bevor es gleich mit dem Fall heute losgeht, würde ich mich über eine Bewertung auf den Podcastportalen freuen oder einen Kommentar auf YouTube oder Instagram zu dem Fall, wenn ihr den Fall zu Ende gehört habt. Und ja, über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer auf jeglichen Plattformen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal jetzt mit dem Fall an. Dieser Fall ist geklärt, kann man so sagen. Es soll nämlich um einen ungeklärten Todesfall gehen. Ich weiß, das sage ich eigentlich nie, sondern ich sage immer bei geklärten Fällen ein ungeklärter Mordfall. Aber das ist leider momentan nicht nachweisbar. Und aktuell ist dieser Fall momentan zumindest auch geklärt, sofern man keine anderen Beweise dafür findet. Aber der Fall hat es wirklich in sich. Also für mich zumindest war er richtig heftig und wirklich auch absurd und traurig. Es geht um den Fall Franziska Sander und ihren Ehemann Arne. Arne ist übrigens nicht sein richtiger Name. 1982 verlieben sich die beiden ineinander. Er ist damals 18 und Franziska 17. Arne schließt eine Lehre zum Außenhandelskaufmann ab und Franziska besucht eine Fachoberschule für Gestaltung und wohnte damals erst in einem katholischen Mädchenwohnheim. Später wird Arne noch Erzieher werden und einige andere mehr Jobs durchhaben. 1985 verloben sich Arne und Franziska. Und drei Jahre später, also 1988, heiraten die beiden. Und viel über die beiden zu sagen, gibt es eigentlich gar nicht, außer dass Franziska, bevor sie mit Arne zusammengezogen ist, ein sehr kontaktfreudiger Mensch gewesen sein soll und sie sei auch sehr gerne unter Leuten gewesen. Aber diese kontaktfreudige Art, die Franziska hatte, die ging wohl irgendwann mehr und mehr unter und das eben mit Arne. Die beiden blieben viel unter sich und Kontakt nach außen gab es wenig, ab und zu mal zu Franziskas Geschwistern, aber sonst war das Ganze wohl eher mau. Da wurde auch nicht wirklich über Freunde berichtet, die Franziska vielleicht hatte oder sowas. Und auch gearbeitet hat Franziska später nicht mehr. Arne wird sagen, sie wollte es nicht, da aber in Wirklichkeit soll es wohl so gewesen sein, dass Arne nicht gewollt habe, dass Franziska draußen Kontakte knüpfte. Und wenn es nur auf der Arbeit ist. Teilweise nahm er wohl auch, wenn er die Wohnung verlassen hatte, sogar das Telefon mit. Die beiden lebten übrigens später dann zusammen in Hannover in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in der Lavis-Straße über einer Kneipe. Und im November 1991 telefoniert Franziska mit ihrer Schwester. Es geht wieder mal um das Thema Auswandern nach Norwegen zum Beispiel. Und die Pläne sollen wohl auch konkreter geworden sein. Also die beiden haben wohl länger überlegt, eben auszuwandern. Wohl nicht nur nach Norwegen. Da war wohl auch Dänemark mal ein Thema. Oder eventuell auch Schweden. Und Anfang des Jahres 1992 telefoniert Franziskas Bruder dann mit Arne und fragt, wie denn so die Vorbereitungen für Norwegen laufen würden. Arne sagt dann, dass Franziska sich bereits in Norwegen befinden würde, um dort nach einem gemeinsamen Haus zu suchen. Was natürlich auch ein bisschen komisch ist, weshalb man das als Ehepaar nicht zusammen macht. Er hätte sich ja Urlaub nehmen können oder das aufs Wochenende verlegen können. Ist schon so ein bisschen komisch. Also war sie ja auch dann nicht für ihren Bruder zu erreichen. Erstmal hat er sich natürlich auch nichts Böses dabei gedacht. Denn Franziska hatte ja mit ihrer Schwester erst vor kurzem über die Auswanderung gesprochen. Und im Herbst 1992 meldet Arne sich wieder bei Franziskas Bruder. Einige Monate sind natürlich jetzt vergangen. Der Sommer ist rum. Und er sagt, Franziska habe ihn verlassen. So ganz plötzlich. Und alles nur, weil der gewünschte Umzug nach Norwegen jetzt nicht geklappt hat. Und wo Franziska jetzt nun sei, das könnte er dem Bruder auch nicht mitteilen. Da Franziska sich auch nicht mehr bei ihrer Familie meldet, wendet diese sich im November 1992 erstmalig an die Polizei, um sie als vermisst zu melden. Aber die Polizei, die wiegelt ab. Franziska ist ja alt genug. Sie könnte bestimmen, wo sie lebt, ganz alleine. Und wann sie sich meldet, das wäre ja auch ihre Entscheidung. Und wenn überhaupt, könnte nur ihr Ehemann Arne sie vermisst melden. Und das hat er eben bisher nicht getan. Was natürlich auch komisch ist, nach so langer Zeit, gut, die beiden waren getrennt, aber trotz alledem klingt das alles ja schon mal ein bisschen komisch. Franziskas Familie gefällt die Art und Weise der Polizei natürlich überhaupt nicht. Und sie machen sich große Sorgen um sie. Und Arne, der meldet Franziska auch mittlerweile nicht bei der Polizei als vermisst. Auch nicht in der kommenden Zeit. Stattdessen trifft im Februar 1993 bei Arne eine Postkarte aus Hamburg ein, von Franziska. Geschrieben mit einer Schreibmaschine, abgestempelt in Hamburg. Aber lediglich als Absender ist der Anfangsbuchstabe F wie Franziska und eine Telefonnummer vermerkt. Später wird man herausfinden, dass diese Nummer die Nummer einer anrufbaren Telefonzelle gewesen ist. Später leitet Arne die Karte an die Geschwister weiter als Beweis dafür, dass Franziska noch leben solle. Allerdings war die ja nicht mal handschriftlich verfasst. Was das dann für ein Beweis sein soll, fragt man sich natürlich wirklich. Aber die Geschwister sind auch weiterhin in großer Sorge. Noch größer werden die Sorgen dann, als am 20. August 1994 in der Botfelder Heide in Hannover eine unbekannte Frauenleiche zerstückelt aufgefunden wird. Franziskas Bruder wendet sich an die zuständige Mordkommission und erzählt, dass seine Schwester Franziska schon zwei Jahre verschwunden sei und er die Angst habe, dass sie das sein könnte. Aus diesem Anlass wird Arne tatsächlich nun einmal bei der Polizei vorstellig. Am 1. September 1994 kommt es zur Vernehmung. Er wird natürlich als Zeuge befragt, weil er nicht feststeht, ob es Franziskas Leiche ist, und erzählt widersprüchliche Geschichten. Er sagt, seine Frau Franziska habe höhere Ansprüche gestellt und sie haben sich am 10. Februar 1992 so sehr gestritten, dass Franziska dann die gemeinsame Wohnung verlassen habe. Er erwähnt dann noch die Postkarte aus Hamburg, die gekommen sei und daraufhin hätten die beiden sich auch verabredet und Franziska habe sehr gepflegt gewirkt. Er sagte, er wollte bald Selbstvermisstenanzeige aufgeben, sollte Franziska nicht der Scheidung einwilligen. Und die Polizei, die unternimmt nun auch nicht mehr wie nötig, denn laut dem Ehemann lebt Franziska ja. Sie überprüfen nicht, ob er sie tatsächlich irgendwann als vermisst gemeldet hat oder ob er sich scheiden lässt. Sie ignorieren das und eine offizielle Meldeadresse von Franziska gibt es auch nicht. Sie galt also quasi damals als obdachlos. Und als dann noch klar wird, dass diese unbekannte Tote nicht Franziska gewesen ist, aufgrund des Zahnstatus, wird die Spurenakte dazu wieder geschlossen. Aus ein paar Tagen Untätigkeit seitens der Polizei werden Wochen, Monate und Jahre. Franziskas Geschwister haben sie nicht vergessen. Sie erkundigen sich ab und an beim Anwohnermeldeamt, ob ihre Schwester nun vielleicht irgendwo neu gemeldet sei. Dies war aber all die Jahre nicht der Fall. Und offiziell ist Franziska immer noch als obdachlos gemeldet, denn die alte Wohnung mit Arne zusammen wird aufgelöst und somit wird Franziska dort vom Amts wegen abgemeldet. Denn Arne hat schon Ende 1992 ein neues Leben begonnen. Er hat eine neue Frau kennengelernt, die ein kleines Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Und seiner neuen Freundin erzählt er, seine Ex-Frau Franziska bzw. Noch-Frau sei an Krebs gestorben. Er habe bei ihr am Bett gestanden, bis sie verstorben sei. Bei diesem Gespräch zwischen Arne und seiner neuen Freundin soll er auch geweint haben, laut ihr. Drei weitere Jahre vergehen. Arne zeugt mit seiner neuen Frau ein paar Kinder und sieht seiner kleinen Stieftochter beim Aufwachsen zu. Im Jahr 2002 zieht die kleine Patchwork-Familie nach Schleswig-Holstein. Arne kümmert sich um den Haushalt und die Kinder, fährt Taxi, versucht sich als Vertreter von Handpuppen und Alarmanlagen. Und mittlerweile ist es ruhig geworden. Keine Anrufe der Polizei mehr, keine mehr von Franziskas Geschwistern. Es wird Herbst 2012. Immer mehr Zeit ist vergangen. Franziska ist mittlerweile 20 Jahre lang vermisst. Franziskas Bruder will noch einen letzten Versuch unternehmen, seine Schwester zu finden. Und ihm kommen dabei auch neue Gesetze zur Hilfe. Und er lernt durch Umwege einen Kriminalhauptkommissar aus München-Gladbach kennen. Die Ermittlungsergebnisse dieses Kriminalhauptkommissars liegen der Vermisstenanzeige bei, die am 8. Januar 2013 eingeht. Diese wird weitergeleitet an den Kriminaldienst Hannover. Franziska wird nun nach über 20 Jahren endlich mal zur Fahndung ausgeschrieben. Zweck der Fahndung ist aber nur die Aufenthaltsermittlung. Und nun die nächste Unglaublichkeit in diesem Fall. Zwischen dem Eingang der Vermisstenanzeige und einer Vorladung von Arne vergehen weitere ganze drei Jahre. Arne äußert sich das erste Mal dann in einer E-Mail an die Polizei. Die E-Mail ist vom 19.01.2016. Er schreibt, Ich war von dem Schreiben etwas überrascht. Da der Fortgang meiner Frau nun 23 Jahre her ist und ich nie wieder etwas gehört habe, gibt es Hinweise auf ihren Verbleib? Weiterhin stellt sich mir jetzt die Frage, wie und in welchem Umfang ich ihnen helfen kann. Das war also die erste E-Mail und am 11. März kommt es dann zur Vernehmung in seinem Wohnort in Schleswig-Holstein. Und diese Vernehmung dauert fast vier Stunden. Der Polizist schreibt im Protokoll, Daraufhin schlägt die Polizei natürlich Alarm. Es kommt ihnen sehr komisch vor, dass Arne eine Postkarte fingiert. Wozu hätte er das tun sollen? Auch so soll er sich da mehrfach in Widersprüche verwickelt haben. Auch damals schon, aber da hat es ja keiner ernst genommen. Und die Staatsanwaltschaft in Hannover eröffnet dann ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags. Im Sommer 2016 befragen Ermittler ihn wieder und auch eine Reihe von Menschen aus Arnes Umfeld, also Freunde, ehemalige Nachbarn, Franziskas Familie. Aber die Nachbarn zum Beispiel sind alle verstorben oder weggezogen. Und auch so konnte sich niemand zu den damaligen Verhältnissen äußern, denn das Paar hat ja sehr isoliert gelebt. Und am 13. September 2016, ein Dienstag, die Polizei entscheidet sich nun mal, eine Hausdurchsuchung bei Arne durchzuführen und ihn auch weiter zu befragen. Der Polizist fragt Arne, Wie war das mit Franziska? Was hat sie mit ihnen gemacht? Oder ist sie einfach gegangen? Man kann ja auf unterschiedliche Weisen gehen. Arne antwortet, Ja, sie hat mich verlassen. Der Polizist fragt, wie sie das gemacht hat. Arne antwortet, Sie hat sich das Leben genommen. Er schildert nun Ereignisse vom 10. Februar 1992, dem letzten Tag im Leben von Franziska. Arne wollte am Abend eine Betriebsfeier besuchen des Kindergartens, wo er gearbeitet hat, so schildert er, das muss man sagen. Franziska wollte ihn aber nicht gehen lassen und es kam zum Streit. Wenn Arne auf das Fest gehen würde, dann würde sie sich umbringen oder ihn verlassen. Aber er hat den Worten Franziskas nicht geglaubt und hat sich auf den Weg gemacht. Als Arne später zurückgekommen ist, hing sie in der Wohnung, so Arnes Aussage, an einem Balken im Schlafzimmer. Eine Schlinge aus Paketkordel um den Hals, in der Brust habe eine Spritze mit Reinigungsbenzin gesteckt. Was letztlich tödlich war, weiß ich nicht, sagt Arne. Er habe auch noch versucht, Franziska wieder zu beleben, aber sie sei schon ganz kalt gewesen. Der Polizist fragt ihn, was er dann gemacht habe, nachdem er Franziska erhängt vorgefunden habe. Arne antwortet, Ich habe Franziska in ein Fass verpackt und das Fass zugeschweißt. Ich kann Ihnen zeigen, wo das Fass ist. Und daraufhin zeigt Arne den Polizisten das Fass in einer Garage auf einem Garagenhof mit der Nummer 11. Sie öffnen die Nummer 11 und sehen ein sehr großes Durcheinander. Schubkarren, Autositze, Schleifmaschinen. In der hintersten rechten Ecke verborgen, hinter drei Autoreifen und Teppichresten, steht eine Sackkarre, darauf festgebunden ein blaues Fass. Auf die Frage, ob das Fass immer mit umgezogen sei, sagt Arne, Ja, das sollte meine Versicherung sein, damit ich beweisen kann, dass ich Franziska nichts angetan habe. Am nächsten Morgen lässt der Rechtsmediziner in Hannover das Fass vermessen und wiegen. 87,5 cm und 60 cm Durchmesser, 134 kg. Das komplette Fass ist voll mit Katzenstreu. Aber sie finden nicht nur Franziskas mumifizierten Leichnam in dem Fass, sondern etliche andere Gegenstände. Es kommt den Ermittlern so vor, als habe Arne Franziska Grabbeigaben in das Fass gelegt, auch wenn das jetzt ziemlich makaber klingt. Und darin fanden sich alles Dinge, die im Leben von Arne und Franziska eine Rolle gespielt haben müssen. Darunter ein Kuscheltier, ein vertrockneter Blumenstrauß, ein gestreiftes Kopfkissen, eine Kette mit einem Mondanhänger, ein Bilderrahmen mit Hochzeitsfoto, Stiefeletten, ein Kinderbuch und eine Zimtstange. Forensiker hat das an einen Indianergrab erinnert. Und nun wollte die Kripo natürlich auch feststellen, wie Franziska zu Tode gekommen ist und ob die Version des Selbstmords von Arne überhaupt stimmt. Ein Mann, der 24 Jahre ein Fass mit einer Toten, seiner Toten Ehefrau herumfährt und in der Garage verschwinden ließ. Unter anderem aus dem Obduktionsbericht, Der Leichnam ist komplett konserviert und wirkt mumifiziert. Eine Untersuchung des Kehlkopfes und des Zungenbeins lässt keine konkreten Ergebnisse bezüglich eines Knochenbruchs zu. Bei hochgradiger Mumifizierung und Fäulnis sind pathologisch und anatomisch keine Hinweise auf eine Todesursache, also man konnte es nicht mehr feststellen nach so langer Zeit, woran Franziska gestorben ist. Aber auf dem Fass mit der Leiche lag auch ein Zettel, der der ersten Version von Arne, sie habe sich erhängt und mit einer Spritze in der Brust dort gehangen, widerspricht. Dort schilderte er Suizid durch Erhängen, keine Spritze und auch keine Wiederbelebungsversuche. Nach dem Verhör wird Arne auch vorläufig festgenommen. Er darf ein paar Klamotten und 10 Euro einpacken und so viel darf ich euch schon verraten. Es wird die einzige Nacht bleiben, die Arne im Gefängnis verbringen wird, bis heute. Nachdem Franziskas Obduktion beendet war, wird Arne erneut vernommen. Eigentlich hätte er als Beschuldigter ja das Recht zu schweigen, aber das tut er nicht. Nun kommt Version 3 ins Spiel. Er sagt nun plötzlich, als er von der Betriebsfeier nach Hause gekommen sei, habe Franziska im Türrahmen zum Schlafzimmer gestanden, nackt und mit einer Spritze in der Hand. Franziska sagte angeblich zu Arne, das hast du jetzt davon. Dann habe Franziska sich die Spritze unterhalb der linken Brust in den Oberkörper gestochen. 10 Milliliter. Sie muss die Spritze aus dem Werkzeugkasten genommen haben, so Arne. Auf der Anrichte sei der Behälter mit dem Reinigungsbenzin gewesen. Sie habe dann noch ein paar Sekunden aufrecht gestanden, gesprochen habe sie aber nicht mehr. Sie habe die Augen verdreht und am ganzen Körper gezuckt und sei dann zu Boden gesackt. Bis hierhin beschreibt Arne Franziskas Suizid, denn eine Spritze mit Reinigungsbenzin direkt ins Herz kann wirklich tödlich sein. Aber dann kommt Arne plötzlich ins Spiel. Er gibt zu, Franziska getötet zu haben. Er sagt, Nun ist es mit Version 3, also Totschlag durch Erwürgen. Aber wieso, fragen sich auch die Ermittler, erzählt er nun diese dritte Version? Wurde er vielleicht mittlerweile seiner Rechte belehrt und mit Totschlag würde er jetzt ja sowieso davon kommen, weil das waren damals 24 Jahre bei der Vernehmung und nach 20 Jahren ist Totschlag ja in Deutschland verjährt, also Straffreiheit für ihn. Man weiß nicht, wieso er jetzt erst durch den Druck der Polizei diese Aussage getätigt hat und ob diese überhaupt eben der Wahrheit entspricht. Und bevor der Beamte an diesem Tag allerdings das Verhör beendet, interessiert ihn noch, wie Arne nach dem Tod mit Franziskas Leiche umgegangen sei. Er sagt, er habe sie ins Ehebett getragen und neben sich gelegt. Dann habe er sich entschlossen, mit seiner toten Frau an einen Strand in Dänemark zu fahren, um sie dort zu verbrennen und sich am besten gleich mit. Er habe sich ein Wohnmobil angemietet und sei zum Strand gefahren. Er habe Brennholz gekauft und das im Wohnwagen verteilt. Schlussendlich hat er aber nicht den Mut gehabt und er hat sein Vorhaben verworfen. Er fährt zurück nach Hannover und kauft dann eben das blaue Fass. Und auf dem Betriebshof seines Vaters, ein Bauunternehmer, will er dann Franziskas Leichnam in das Fass gezwängt haben, samt den Sachen und eben dem Katzenstreu. Dann hat er es zugeschweißt und so verschwindet Franziska für so viele Jahre. Und diese Jahre waren natürlich auch äußerst qualvoll und ungewiss für die Angehörigen. Und ich habe einen sehr, sehr großen Spiegelartikel dazu gelesen, wo es auch hieß, dass diese Grabbeigaben, die er da eben auch zugelegt hat, eigentlich eher dafür sprechen, dass diese Tat ihm irgendwo schon leid tut und er eine große Bindung irgendwie zu ihr gehabt haben muss, weil er ja alles so Sachen reingelegt hat, die scheinbar eine Bedeutung für das Paar gehabt haben. Aber dass, ja, irgendwas da passiert sein muss, man weiß ja heute nicht, was passiert ist, aber schlussendlich, ja, glauben die Ermittler oder auch Leute, die sich damit auch noch befasst haben, Psychologen und so, dass eben da schon, ja, irgendwas passiert sein muss, was Arne doch nicht einfach so gemacht hat, weil er jetzt Spaß dran hatte, hätte ich fast gesagt, sondern einfach, ja, ihm das im Nachhinein doch sehr leid getan hat. Und da würde man ja eigentlich vielleicht nicht damit rechnen, wenn es ihm vielleicht sehr leid getan hat, dass er eben diese Grabbeigaben gegeben hat, dass sie sich selbst das Leben genommen hat, würde ich jetzt daraus schließen, sondern dass er vielleicht da doch mehr mit zu tun haben könnte und es ihm dann eben leid tut und dann eben diese Grabbeigaben in das Fass mit reingelegt hat. Aber das ist jetzt nur so meine Annahme und teilweise auch die Annahme von den Ermittlern unter anderem. Und für Arne war es dann so, dass er noch an dem Tag am 14. September 2016 nach diesem einen Gefängnisaufenthalt, nach der einen Nacht, wieder aus dem Polizeigewahrsam freigelassen wird, denn der Totschlag ist verjährt und die Rechtsmedizin konnte ja nun mal leider nicht die Todesursache feststellen und die Zeit verschont ihn quasi von einer Gefängnisstrafe. Wie und warum Franziska starb, wird wohl immer das Geheimnis von Arne bleiben. Er hat ja drei unterschiedliche Versionen geschildert und Franziska galt als lebensfroh und kontaktfreudig. Und Franziskas Bruder sagt, jemand, der so lange gelogen hat, dem darf man nicht glauben. Er hofft, dass sich noch Zeugen melden, die diesen Mordverdacht erhärten könnten. Sollte das aber nicht passieren, wird der Mord, wenn es denn einer gewesen sein sollte, nie bestraft werden. Und für ihren Bruder ist auch das Verhalten, was Arne so vorher schon gezeigt hat, dass er Franziska nicht richtig rausgelassen hat, ihr das Telefon weggenommen hat und so und noch so ein paar andere Sachen, die da wohl passiert sein sollen. Für ihn ist das ein Femizid, der da passiert ist an Franziska und kein Totschlag und mit Sicherheit auch Mord. Im Oktober 2016 werden dann Franziskas Überreste bestattet im Familiengrab auf dem Friedhof in Steinhude bei ihrer Mutter und ihrem Vater. Und Franziskas Akte umfasst 13 Bände und 1400 Seiten. Zum Vorschein kommen da eine Reihe von Verfahrensmängeln, Verzögerungen und Fehleinschätzungen, viele auch seitens der Polizei, denn die ist sich sicher, hätte man Arne damals härter angepackt, hätte dieser genau wie heute wahrscheinlich eher mit der Sprache rausgerückt und es wäre noch zur Verurteilung gekommen oder man hätte vielleicht sogar noch feststellen können, woran Franziska gestorben ist. Aber leider sind in dem Fall von Franziska Sander halt so viele etliche Fehler passiert und die Familie hat ja versucht zu bohren und die Polizei auch immer wieder anzuschieben, aber die hat sich da nicht so wirklich für interessiert, hatte man den Eindruck. Nachdem der Leichenfund dann auch 1994 geklärt war, schob sie den Fall von Franziska ja wieder ins Archiv und ja, sie hatte damit quasi nichts mehr zu tun. Und später konnte ja auch nur etwas passieren, da ja der Bruder von Franziska endlich mal jemand von der Polizei kennengelernt hat, der den Fall auch ernst genommen hat. Und da muss man sich mal vorstellen, da liegt eine so junge Frau 24 Jahre in der Tonne beim netten Nachbarn von nebenan, aber niemand bemerkt das und niemand hätte das sonst wahrscheinlich jemals aufgedeckt, hätte der Bruder nicht dieses Glück gehabt. Und ich stelle mir das so schrecklich vor, auch für die Familie und wenn ich mir das schon vorstelle, meine Schwester wird nach so vielen Jahren gefunden in einem Fass, völlig mumifiziert mittlerweile, derjenige kann gar nicht mehr verurteilt werden dafür, wenn man ihn einen Mord, wenn es denn Mord gewesen ist, gar nicht nachweisen kann und man so viele Jahre dafür gekämpft hat, sie zu finden und das alles gar nicht so zu ihr gepasst hat, das Verhalten, will ich gar nicht wissen, wie es der Familie damit geht. Vielleicht haben die Eltern ja auch, als Franziska noch gesucht wurde, zum Zeitpunkt auch noch gelebt und da will man ja auch gar nicht wissen, wie die das empfunden haben und die haben das vielleicht nie mitbekommen, wie ihre Tochter letztendlich gefunden wurde. Ja, meine Lieben, das war jetzt auch die Folge über den Tod von Franziska Sander. Ich bin immer noch wirklich richtig, richtig schockiert, wie man 24 Jahre auch dieses Fass überall mitschleppen konnte. Also ich meine jetzt auf Umzüge und wieder einlagern und sich dann extra Transporter dafür mieten, das ist nämlich auch noch passiert und das dann da irgendwo hinschaffen und dann immer ja auch die Angst vielleicht zu haben, dass meine Ehefrau vielleicht ja auch mal in die Garage geht und das da findet oder vielleicht wusste sie auch gar nichts davon, dass es diese Garage überhaupt gab, aber ich finde es einfach wirklich schrecklich und das passiert halt mitten unter uns und ich würde fast wetten oder beziehungsweise es wird mit Sicherheit nicht hier in Deutschland ein Einzelfall sein, wie viele Leichen noch in irgendwelchen ja Gärten vielleicht sogar begraben sind von den Tätern oder auch in Fässern gelagert werden, das mag man sich gar nicht vorstellen und Franziskas Fall ist schon so ein bisschen sinnbildlich dafür, finde ich und ja, er ist wirklich ein richtig, richtig krasser Fall, wie ich finde, weil man ja eben auch nicht weiß, wurde sie jetzt umgebracht oder war es Totschlag, beides ist schlimm, beides führte eben dazu, dass Franziska verstorben ist, an diese Spritzentheorie glaube ich ehrlich gesagt nicht, ja, aber ihr dürft mir sehr, sehr gerne mal eure Kommentare bei Instagram oder auch bei YouTube unter diese Folge schreiben, es würde mich sehr, sehr interessieren, was ihr zu dem ganzen Fall sagt und hiermit beende ich nun die heutige Folge und sage bis zu einem nächsten Fall und einem nächsten Mal eure Lia Bis zum nächsten Mal